Deine Hüfte ist steif und du möchtest anfangen, diese zu öffnen und Knieschmerzen vermeiden? Sehr gut! In diesem Video zeige ich dir vier einfache Übungen dafür. Kurze Übersicht zum Video. Ich zeige dir jetzt direkt die vier Übungen. Danach sprechen wir über wie oft und wie lange man das machen soll. Und dann erkläre ich dir, warum man mit diesen Übungen Knieschmerzen vermeiden kann. Starten wir mit der ersten Übung. Bei Übung Nummer 1 geht es um die Adduktoren, die Oberschenkelinnenseite. Dazu legst du dich einfach auf die Seite. Den unteren Arm legst du jetzt einfach auf den Boden, sodass du den Kopf drauf ablegen kannst und ihn ein bisschen als Kissen benutzen kannst. Das obere Bein winkeln wir auf 90 Grad ab und legen es dann auch vor den Körper. So, und jetzt geht es um das untere Bein. Das wird komplett gestreckt und du ziehst die Zehenspitzen zum Schienbein hin, dass du Spannung im Bein hast. Und aus der Position willst du das Bein jetzt so weit wie möglich nach oben bringen und Spannung in die Adduktoren reinbringen. Dann löst dabei das vordere Knie nicht. Dieser Aufbau hat den ganzen Sinn, dass ich hier in der Hüfte mich nicht groß verdrehe nach vorne oder nach hinten, sondern ich sperre mich jetzt hier und kann so wunderbar in die Adduktoren reingehen. Gehen wir in Übung Nummer 2. Bei Übung Nummer 2 geht es um die Innenrotation in der Hüfte. Dazu brauchst du jetzt ein kleines Kissen, roll dir vielleicht auch eine Decke zusammen oder ich nehme jetzt hier so einen Yoga-Block. Wir liegen wieder auf der Seite, diesmal aber so, als ob ich auf einem Stuhl sitzen würde. Ich habe 90 Grad Winkel in den Knien und ich habe einen 90 Grad Winkel in der Hüfte. Und jetzt kommt das Kissen hier einmal zwischen die Knie, damit die Knie nicht direkt aufeinander liegen. Mit dem Arm kann ich wieder das Kissen spielen, den Kopf also wieder auf den Arm ablegen. Und jetzt geht es hier ums obere Bein. Ich will so gut ich kann in die Innenrotation kommen. Das heißt, in meinem Fall, ich ziehe jetzt den rechten Fuß so weit wie möglich nach oben und bringe dadurch den Oberschenkel in die Innenrotation. Und halte ich eine Sekunde, lasse wieder nach unten ab, bis sich die Füße berühren und drehe wieder so weit wie möglich in die Innenrotation rein. Das ist gar nicht so einfach. Viele Leute sind in der Richtung richtig eingeschränkt. Wenn du generell ein bisschen Probleme hast mit deiner Beweglichkeit in der Hüfte, dann schau dir doch mal unsere Trainingsprogramme an. Da gehen wir wirklich von Kopf bis Fuß alles durch und schauen, dass jedes Gelenk mobil und stabil ist. Aber gehen wir mal in Übung Nummer 3. Übung Nummer 3, wir liegen wieder auf der Seite. Diesmal geht es um die Abduktoren, also die Muskeln, die dein Bein abspreizen lassen. Leg dich wieder auf die Seite, benutze wieder deinen Arm als Kissen. Diesmal lassen wir beide Beine gestreckt. Und jetzt geht es darum, dass dieses obere Bein, soweit ich kann, nach oben bringe. Dazu muss ich hier den Po festmachen. Ganz, ganz wichtig dabei ist aber, dass du jetzt mit der Hüfte weder nach vorne noch nach hinten ausweichst. Gerne weicht man nach hinten aus und sagt sich, heute bin ich aber beweglich. Du musst in der Hüfte wirklich gerade bleiben. Dazu stütze ich am besten noch mit der anderen Hand hier vorne. Und dann ziehst du so weit wie möglich rauf und lässt wieder nach unten ab. Hüfte wirklich gerade lassen. Gerade hier, wenn du versuchst, noch ein bisschen mehr reinzuziehen, nicht aufmachen, weil dann ist gleich mehr Beweglichkeit da, weil ich aber die Übung verändert habe. Kommen wir zu Übung Nummer 4. Übung Nummer 4, du ahnst es schon, du darfst dich auf die Seite legen und deinen Arm als Kopfkissen benutzen. Jetzt ziehen wir das untere Bein einmal ran, das obere Bein bleibt gestreckt. Ich habe 90 Grad Winkel ungefähr jetzt in dem unteren Bein und 90 Grad Winkel zwischen Oberschenkel und Bauch oder Oberkörper. So, und jetzt wollen wir in die Außenrotation der Hüfte. Dazu bleibt das Knie hier liegen und ich versuche den Fuß, soweit ich kann, nach oben zu ziehen. Halte wieder für eine Sekunde und lasse mich dann wieder nach unten ab. Und das ist auch relativ fies, aber sehr, sehr gut für die Außenrotation. Kommen wir zur Dosierung, wie oft und wie lange du das Ganze machen sollst. Also du machst 10 bis 15 Wiederholungen pro Position. Danach musst du dich auf die andere Seite legen und auf der anderen Seite noch 10 bis 15 Wiederholungen pro Position machen. Das war dann ein Durchgang und ich will insgesamt drei Durchgänge von dir haben, dass es ein richtig schönes Ergebnis gibt. Ja, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, wie du mit diesen Übungen Knieschmerzen vermeiden kannst. Ja, deine Hüfte ist ein Kugelgelenk und das ist eigentlich eine der vier großen Rotationspunkte im Körper. Naja, und wenn deine Hüfte steif ist und die Rotation nicht zulässt, dann musst du auf einmal dein Knie unten die Rotation nehmen. Dein Knie ist aber mehr oder weniger ein Scharniergelenk. Das ist nicht groß für Rotationen gedacht. Und dann wird sich das natürlich melden und sagen, hallo, es tut weh. Und melden tut sich sowas immer mit Schmerzen. Deswegen, mach diese Übung, dass die Rotation in deiner Hüfte stattfindet. Falls du noch mehr Support brauchst und eine Struktur und einen guten Plan, dann schau dir doch mal unsere Trainingsprogramme an. Ansonsten lass mir einen Daumen nach oben da für dieses Video oder einen netten Kommentar. Ich bin an der Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.